Servus Gamer und Gamerinnen Willkommen zurück zur Folge 3 Daymare 1998 viel erlebt haben wir noch nicht bis auf zwei drei Zombies aber ich glaube das wird sich jetzt abrupt ändern alter Schwede Alter ich hab gedacht ich schätze das ist doch unglaublich was ist mit ihr Alter fuck verreckt doch mal du laufst so rum die steht ah ich wollte gerade sagen haben mich eigentlich das Magazin ist entweggeschmissen boah man die dort zwar besorgt doch ich hab das Magazin weggeschmissen wo liet's so jetzt aber die schlucken ganz schön das ist okay das haben sie nicht geändert die stehen ja sowieso nochmal alle auf dahin steht auch schon mal der nächste Kamerad ich werfe einen Blick auf die Karte wo ich überhaupt hin muss Frachtbereich ja da muss ich hin keine Veränderungen erkannt aktiviere den Aufzug im Frachtbereich wie angefixt leider schraubt das Spiel jetzt durch in den nächsten Partei saugeil angefixt ist gar kein Ausdruck du Ratte da kommt schon direkt oh Gott geh weg das Zielen ist etwas schwieriger wie beim Resident Evil lebt er? lebt er? ne er geht runter ja nicht das Magazin nochmal wegschmeißen scheiße dahin stehen die Nächsten ich lass sie dahin jetzt mal links stehen äh rechts stehen links liehen rechts stehen gelassen so machen wir's und dann gehen die Steuze machen wir hier an die Sammelobjekte ich glaub das jetzt hab ich schon nochmal das Magazin weggeschmissen das ist so eine Reaktion dass man auf Nachladen drückt Finde einen Weg in das Labor alles klar ich tippe mal drauf der Weg führt durch die Zombies jetzt links vorhin rechts ja ich tippe mal drauf komm mal net net drumrum ich guck mal noch einmal hier da sind wir vorhin net hingekommen vielleicht finden wir da irgendwo Munition irgendwas was uns ein bisschen länger am Leben hält das sieht doch ganz vielversprechend aus was mit dir er beißt zum Glück net aber da bin ich von meinen eigenen Schritten erschrocken au 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 ja 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 der Feuer heiß ok ganz verstanden jetzt bin ich auch richtig auf den Sack 45% nur noch kann aber nix ok es gibt kein Loot dann müssen wir uns den Zombies dahin jetzt mal stellen 2 Stück an der Zahl ich ziele vom weiten drauf bam meine erste hat schon mal gesetzt Boah, Mann, du Pissratte. Oh, oh. Okay, die schlucken ganz schön viel und das... Was? Hast du nichts zum Heilen? Benutzt die LP. Bin die MP. Du bist die MP. Nimm die MP. Ich hebe mir so Waffen immer auf, wenn es für den Ernst fall. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer die dort kann, kann man doch eigentlich ziemlich ruhig bekämpfen. Oh, wenn der Arme da hinschießt, wo der... Oh, oh, ich muss die MP holen. Alter! Oh, oh, shit, Mann. Okay, jetzt brauche ich die MP. Jetzt ist mal die Munitionen-Ausgang. Boah. Ist aber knapp. Ich habe gar nichts mehr... Gar nichts mehr aufmunitioniert. Es ist gewöhnungs... Also ich bin's... Es ist ganz anders. Es spielt sich ganz anders wie Resident Evil. Es ist gewöhnungsbedürftig. Jetzt muss ich mich erstmal ins Menü. Jetzt muss ich mich wieder aufmunitionieren. Ah, da ist ja noch ein volles Magazin. Was ist das? Energieriegel. Eine kleine Menge Gesundheit. Ja, den benutzen wir mal. So, jetzt können wir da immer nochmal nachladen. So, was ist mit dir, Hayopai? Ich glaube, ich mache die Zielgeschwindigkeit ein bisschen runter, weil wenn ich den Control-Sick nur so andotze, macht er immer schon direkt diesen Satz. Links und rechts und oben und unten. Und warum habe ich meinen Timer schon nochmal nicht genullt, wenn ich was Neues starte? Das sind die kleinen Rätsel des Lebens, Freunde. So, Gameplay. Ich mache mal ein bisschen Zielämpfigkeit. Die haue ich mal ein bisschen runter, weil das ist mir zu... Das ist mir zu stramm. Können fast noch runtergehen. Ja, das ist, glaube ich, besser. Immer noch. Einmal. Oh, oh. Oh, das ist doch gefeilt mir. Einmal gefeilt mir. Hier bleiben schön liegen, ja. Ich bin gespannt, wann die roten Dorf stehen. Immer mal rin. Da liegt noch Munition auf dem Boden. Nein! Ich muss zurück. Bitte, sag mal, dass ich zurück kann. Ich habe es gewusst, wenn ich mir immer nicht alles angucke. Ich muss überall mit der Loop über den Boden. Ah, da liegt noch eine Pistolenkuche. Scheiße, ich komme mir nicht mit zurück. Das ist die Szene. Lass mich zurück. Lass mich zurück. Ah, doch, ich komme zurück. Ja, wenn die erst nochmal aufstehen, kotze ich. Manchmal sterben sie schon mit einem Kopfschuss. Ja, manchmal. Mensch, das ist natürlich schön, dass es manchmal passiert. Wenn wir es eiskalt hier im Zimmer haben, dann ist die Heizung nur auf 2,5 aufgestellt. Und jetzt wird es hier gerade richtig warm. Das ist mir jetzt egal. So, wo liegt da Munition? Wie sieht das überhaupt aus, wenn da Munition liegt in dem Spiel? Ich bin ja so was von grünschnäbelig noch. Hier drauf. Nix. Also ich sehe immer nix. Hier in dem Raum, Jan. Also ich weiß nicht, das... Schicke Munition. Müsst ihr dann irgendwo bei... Doch, da liest es doch. Sieht aus wie bei Resident Evil. Das ist schon mal gut. Dankeschön für den Tipp. Weiter geht's. A. Ja, da steht A, aber das war nicht das A, deswegen ich A gesagt habe. Ich wollte nur nochmal aufmunitionieren. Zwei Mal bei den Leichen. Warum zwei Mal? Jetzt will ich... Ich habe gedacht, ey, jetzt muss ich nochmal zurück. Boah, es wird gerade voll warm hier drin. Ich muss die Heizung ausstellen, Freunde. Mache ich in der Zeit, während der da jetzt... Sicher, hat geklappt. Ladezeiten überbrückt. So, noch NMP Munition beim Soldaten. Hör ich mal noch mit. Ich will mir hier eigentlich nicht so viele Tipps gehen lassen, ne? Weil eigentlich muss ich das selbst suchen. Ich lasse das da jetzt mal noch als Dankeschön gelten. Und mal versuchen, das Ganze jetzt mal... Mir... Mir nicht mehr so unter die Arme zu greifen. Weil wenn ich dann blöd bin, dann bin ich halt blöd. Dann ist das eben so. Wenn ich die Munition... Jetzt habe ich das Magazin weggeschmiss. Gerade, wo ich es gesagt habe. Das war jetzt nichts. Es ist schwierig zu finden, ne? Sie sind nicht so hell beleuchtet. Wie beim anderen Spiel. Aber ich finde da jetzt nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Und jetzt gehe ich durch. Und wenn da noch 100 Munitionsdinger liegen. Danke, Jan. Und jetzt versuche ich mal... Deine Aufnahme nicht vergessen, ne? Die Aufnahme läuft. Das ist ja schon die dritte. Die schon mal anläuft. Alles am Laufen, mein Guter. Ja, das ist... Wie gesagt, das ist Kennkritik an dich. Das ist Kritik an mich. Weil wenn ich doof bin und die Kacke da liegen lasse, dann bin ich eigentlich auch selbst schuld. Und wer nicht... Wer nicht lernt... Wer nicht... Oh. Das hat auf jeden Fall Dead Space Flair. Die Probe, die ich beschaffen musste, ist in der Kammer. Ich hoffe, der Sound ist jetzt annehmbar. Ah, guck mal, was da steht. Da ist der kleine Willi Bill. Zack, die schäumen wir mit. Und jetzt gucken wir uns hier mal noch in Ruhe um. Da kann ich nicht hochlarven. Da liegt. Auch wenn einige Türen und Schließflächer durch ein Sicherheitssystem verschlossen sind, könnten sich darin seltene, wertvolle Ressourcen befinden. Es ist möglich, das System mit den Hackfunktionen des DAG zu knacken. Um mit den Hacken beginnen zu können, benedigst du ein Überbrückungskabel. Um dich erfolgreich in Systeme zu hacken, musst du beide Balken anhalten, während sie sich in den sich bewegenden Kästchen befinden. Wenn du einen an der korrekten Position anhältst, beginnt ein Countdown. Wenn der Countdown null erreicht, schlägt der Hack fehlt und das Überbrückungskabel wird zerstört. Ach du Kacke. Das ist so ein Gefühl. Was? Aber ich muss die Balken... Beide... Ah, beide Balken anhalten. Bleib lehnen! Mann! Wenn du nur das Kabel aufgehobst. Ja gut, war das dein Kabel? Wusste ich nicht. Schwierigkeit leicht. Hackvorgang starten. Okay. Hä? Was muss ich denn da auf A drücken? Was soll ich denn... Ach, RB. Alles klar. Ah, okay. RB, nicht auf A. Okay. LB und RB muss man dann drücken für die jeweiligen Balken. So, gibt's denn sonst noch was? Zettel. Oh ne, Zettel war Zettel. Hexagor Bionic, die verschlüsselte Datei. Okay. Den nehmen wir mit. Energy Drink. Nehmen wir A mit. Was sagt die Energie? Ah, ne Quatsch. Kann man ja hier gucken. 66%. Haben wir noch was Kleines zum Heilen? Über den Inventar-Tab kannst du bestimmte Gegenstände kombinieren und neue Verbesserungen herstellen. Okay, okay. Indem du Grundzutaten mit Hexagor-Zusatzstoffen kombinierst, kannst du Gegenstände herstellen, die über das Schnellplatz-Untermenü benutzen kannst. Wenn du das SEF des selben Typs kombinierst, erhältst du erheblich stärkere Versionen des Originals. Wenn du hingegen SEF unterschiedlicher Typen kombinierst, erhältst du ein Gemisch, das die Grundeigenschaften beider beinhalten. Da werfen wir mal einen Blick drin, was wir kombinieren können. Da haben wir noch ein schönes Skritt. Gesundheitsflüssigkeit. Wenn wir die kombinieren, die können wir doch bestimmt kombinieren mit einem Energy-Trink. So ich hätte das doch nicht so gestanden. Ein merkwürdiges Gemisch von Hexagon-Bionetik, das speziell für Hades-Agenten entwickelt wurde, kann als Grundlage für stärkere Aufputschmittel verwendet werden. Energy-Trink. Aufputschendes Getränk. Damit kann ich eine kleine Menge Gesundheit wiederherstellen. Das kombinieren wir jetzt einfach mal und dann gucken wir, was dabei rumkommt. Ah, Gesundheitsflüssigkeit. Okay. Und die kann ich... Kombinieren. Drop. Ah, da kann ich die in die Schnellwahl-Heiltaste machen. Wunderbar. Alles klar. Gut, das haben wir dann schon mal. Jetzt gehen wir mal da hinten in den Raum abchecken, was wir da aufgemacht haben. Atom ist super. Das ist schon mal gut. Dankeschön. Wir müssen mal da hochgucken, was da los ist. Grünes Graut. Und lesen. Verschlüsselte Datei. Okay, so viel zu lesen ist nicht. G22 Munition. Das ist schon mal sehr gut. Bleibst du liegen, stehst du auf? Bist du heute gut drauf? Bleib einfach liegen. Du bist uns allen gefallen. Verliebt noch was? Mentalflüssigkeit. Okay. Sag bloß, man kann auch näher wahnsinnig gehen in einem Spiel oder sonst was. Ich bin jetzt immer die Wenden abgerannt. Dann hoffe, das war's. Oh Gott, da steht was auf. Geh weg. Komm, ich gucke dir doch nicht durch. Ich hatte so Angst. Auf dem Bildschirm wird eine Raumtemperatur von 0 Grad angezeigt. Lauf der jetzt offen rum? Kommt der doch runter? Da läuft doch was. Alter, ich höre Schritte. Alter, das ist... Der Sound hat so geil gemacht. Ich habe aber gedacht, da greift mich was von hinten an. So, komm, ich gucke jetzt einfach mal. Ich kann den Sicherheitsraum von hier aus. Was? Ich kann den Sicherheitsraum von hier aus überwachen. Naja, toll für dich. Ich gehe jetzt einfach mal drin. Oh, ganz toll. Oh, Mann, ey. War das knapp. Boah, okay. Du bleibst unten. Das ist schon mal gut. Das sind mir die Liebsten. Ich glaube, der eine Schuss hätte auch gelangt. Hau ab! Nicht schnell nachladen. So, ein Schuss. Ich glaube, der ist umgefallen. Okay, das haben wir schon mal gut gelöst. Hashtag CrystalMeth zusammengemistet. Ja, Heisenberg ist unterwegs. Dieses Tagebuch gehört einem Aegis-Wissenschaftler. Einige Daten sind mit roter Tinte eingekreist. Allein der Gedanke daran verschafft mir Gänsehaut. Jetzt, wo wir unsere Tätigkeiten voll und ganz auf Pollux konzentrieren, scheinen die außergewöhnlichen Ergebnisse, die wir bei der Erforschung von Kastor verzeichnen können, vergleichsweise wie Kinderkram. Und hätte die Regierung nicht in den 70ern die Vorfälle auf Norfolk Island untersuchen lassen, hätten wir diese ultimative Macht nun nicht in unseren Händen. Wenn die Menschen sprichwörtlich sagen, dass man für das übergeordnete Wohl kleine Opfer bringen muss, haben sie absolut recht. Wer hätte... Alter, das sind 13. Okay, holt euch rache Zigarette, holt euch was zu trinken, das ist doch kein Dauern. Vorhersehen können, dass die Quallen, die dem Chemielek des gesunkenen Schiffs ausgesetzt waren, die Anwohner angreifen und damit eine kleine, aber tödliche Epidemie auslösen würden, die ein Einschreiten der Regierung überhaupt erst erforderlich machen und uns bisher hierhin führen würde. 1995, wenn man die riesige Menge Kastor bereits als ein Geschenk des Himmels ansieht, was man es nur für eine glückliche Fügung des Schicksals gewesen sein, dass diese Quallen genau jene Schwärme waren, auf die wir gewartet hatten, um uns den Weg zu einer noch großartigeren Deckung zu ebnen. Mit Pollux können wir endlich den perfekten Soldaten erschaffen, stark widerstandsfähig und selbstheilend. Und dabei hat niemand anderer als Mutter Natur selbst den Löwenanteil der dafür nötigen Arbeit geleistet, aber aus irgendeinem Grund besiedelten die heimlichen Quallen, die bereits zuvor über herausragende regenerative Fähigkeiten verfügten, das versunkene Schiff und würden so das Opfer der chemischen Wirkstoffe. Von diesem Punkt an pflanzten sich die Generation für Generation weiter fort und wurden mit jeder Mutation, die ihre DNA und auch die der von ihnen gezeugten Kreuzungen weiter verbesserte, immer stärker. Wir haben diese neuen aquatischen Lebensformen studiert. Sie ehren äußerlich der Hydra-Könilja, aber sind wesentlich aggressiver und deutlich gefährlicher. Mit der Zeit werden wir mithilfe... Ist das doch den hier ernst? ...unsere Studios einen neuen Virus erschaffen können, mit dem wir normale Soldaten in genetisch veränderten Kriegsmaschinen verwandeln können. In der Zwischenzeit können wir nur darauf warten, dass die Regierung... Oh ne, mein Stream ist tot. Warum ist mein Stream tot? Was? Oh, dass mein Stream noch ganz und es hat nur mein Laptop gespackt. Direkt Panik, Alter, was ist... Ne, ich glaub, es ist noch da. Okay, es hat nur mein Laptop gespackt. Wo war ich? Dreckslaptop, Zeit für neun. In der Zwischenzeit können wir nur darauf warten, dass die Regierung... Ja, ja, ja. Wenn ich nur ein paar Jahre zurückdenke, jetzt denkt er auch noch ein paar Jorts Rigg, erscheint es mir wie ein ganzes Jahrhundert. Obwohl Castro heute die Wirksamkeit, biologische, chemische Kriegswaffe überhaupt ist, entwickelt sich aus Pollux Vielversprechen. Die Hydra Xenadia hat uns endlich ihren Erstgeborenen geschenkt. Natürlich ist das gesamte Projekt jahrelanger Arbeit, Millionen an Förderungsgeldern und eine gewissermaßen verstörende Anzahl ziviler, unschuldiger Opfer verschlungen. Aber wir stehen kurz vor der Zeit-Ziellinie. Wir hatten einen großen Durchbruch, einen Moment der Fackelübergabe, wenn man so will. Aber auch das Verbergen der Tatsache, dass wir weitere Zeit benötigen. Wo bin ich? Vermessen wäre. Zeit ist etwas, das Armee und Regierung niemals in ausreichendem Maße gewähren werden. Sie haben Pollux ihrem Verbündeten versprochen und sie sollen Pollux bekommen. Das einzige Problem, das wir noch nicht lösen können, ist eines, das gesamte Programm gefährden könnte. Der perfekte Soldat, den wir prothetisiert haben, ist alles andere als perfekt. Wir haben das Virus hunderten Kandidaten mit unterschiedlichsten genetischen Variationen verabreicht. Doch es ist noch lange keine Lösung in Sicht. Der Mutationsprozess der Probanden, die durch die direkte Verabreichung von Pollux infiziert wurden, scheint in absolut allen Fällen nahezu unmittelbar aufzutreten. Tatsächlich beginnt das Virus bereits nach wenigen Minuten damit, sein Wirt zu stärken. Wenngleich seine äußerlichen Veränderungen sichtbar werden. Nur zwei bis drei Stunden nach der Infektion mit Pollux ist er dazu in der Lage, Zellengewebe zu regenerieren, sowie Kraft- und Widerstandsfähigkeit des Wirts subtextive zu erhöhen. Diese wahrhaft bemerkenswerte Errungenschaft wird die medizinische als auch militärische Forschung in nur wenigen Jahren die Welt in die Zukunft katapultieren. Gäbe es da nicht die schweren Nebenwirkungen, die während des Testfahrers bei nahezu allen Probanden auftraten. Alle von Pollux-Virus herbeigefügten körperlichen Verstärkungen unterliegen einer einzigen unvermeidbaren Notwendigkeit der Anpassung bestimmter Hormone des Wirts, die den Körper regulieren und den Balance halten. Sie werden normalerweise von Hypolomus produziert. Eine ausreichende... Love this game, es gibt einen Zuschauer aus. Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Sie werden normalerweise von Hypolomus produziert, werden ausreichend große Mengen in dieser Hormone konzentriert. Alter, Jungs, ich hab keinen Bock mehr, was ist denn das? Okay, ich lese es weiter vor. Ist doch von der Story her immer das Gleiche, aber das ist brutal. Ich überflieh das Ganze jetzt mal kurz. Ich hab, sonst sind mir noch drei Stunden. Regenerierbare Kräfte kontrolliert werden, denen die Hormone allerdings über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zur Verfügung gestellt werden können, zeigen sich die ersten Anzeichen eines mentalen Verfalls. Kommt zu Bewusstseinsaussetzern oder der sukzesslichen Verstörung? Ja. Das schließt sich total in Verstörung. Körper führen. Wir müssen in den verblenden Monaten studieren und Lösungen finden, die da im Potenzial scheitern das Gesamtprojekt ausüben und läuft in der Seite von Blablabla Zombies. Wir sind nicht mehr selbst für die Ergebnisse unserer Forschung verantwortlich. Eine regierungsabhängige Stadt und Bedienung. Wir haben in den letzten Monaten zwar viel Schlaf verloren. Ja, ich jetzt auch. Der mittlerweile und strategische Zweck Viruswaffen ist es. Den würden in aller Art, ja, Viruswaffenbewusstsein unterliegen, dass die weiteren dazu in der Lage sein muss, Befehl zu verfolgen. Der einzige Weg, um dieses Ergebnis zu sagen, ist, die Probanden dazu zu zwingen, sich selbst ihre Hormone zu hinbeziehen. Wir haben es hier selbstverständlich unvermeidlich mit einer Serie Variable zu tun, die sich mit Militär nicht zu kümmern, scheint die Frage mich, was wohl passiert. Wenn einer der Probanden sich gegen seinen Schöpfer stellt, egal ob das pure Absicht ist oder weil es unfair ist, die Hormone zu verabreichen, außerdem könnten sich in der Kampfsituation auch Dinge möglich werden, sofern die Probanden nicht über die grenzlichen regenerativen Fähigkeiten hinaus bestätigt werden, können die potenziell unaufhältig oder haltreich Amok laufen, ohne dass sie irgendeine Situation in der Lage wäre, sie aufzuhalten oder zumindest lasse ich nicht richtig vorhanden, die Hormone nicht, dass er... Fuck! Mit einem Pollux-infizierten Proband, dessen Intelligenz aus irgendeinem Grund stark erhöht wurde, nahm ein Forscher innerhalb des Labors als Geisel. Nach vielen Stunden der Verhandlung riss der Proband, der bereits sichtbar unter irgendwann mentaler Desolisierung litt, ein riesiges Loch in den Schädel des Forschers und verzerrte ihn mit einem bizarren Fresse rauscht das Hyposame, das ist Zombie. Okay, das ist aus Pollux-Skin-Zombies. Das ist jetzt die Kurzfassung. Ich bleibe, sonst lese ich mir dann noch drei Stunden. Lisa ist jetzt gerade... Ich weiß, was das macht. Keine Ahnung. Jetzt bin ich... Ich bin dort in den Raum gekommen. Jetzt habe ich so viel gelesen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier machen wollte. Okay, ich bin hier in den Raum gekommen. Dann kann er was überhaar. Okay. Das sind die komischen Quallenviecher da, aus denen das irgendwie das gewonnen wurde, das Virus. Da steht minus 15 Grad. Was muss ich überhaupt machen? Finde einen Weg, die Virusaufbewahrungskammer auszuschließen. Die ist zu. Gucken wir mal, ob ich mich da reinhacken kann. Ich muss zuerst Pollux holen. Überladung des Stickstoffkühlsystems. Verwendung von einzelnen Stickstoff... So, was muss man noch machen? Kammer 1, 25 Grad, minus 15. Was muss ich denn machen? Ich drücke A und es passiert nichts. Ah, okay, ich muss irgendwas überladen. Ich habe... Da sind 15 drin. Das interessiert mich aber auch nicht. Das interessiert mich auch nicht. 15 Grad, minus 15 Grad. Ich... Dann ist doch 10 Grad. Ich will aber 15... Ich will aber... Was brauche ich für ein... Es geht in 10er Schritten voran. Dann kann man 4 und 5. Okay, ich gucke mir erst mal den Raum an. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier machen muss. Mia Han, Kühlkammern. Nummer 1. Da ist die Temperatur... Alarm. Minus 15 Grad. Und ich muss... Das überladen. Checkt die Monitore an den Kammern. Ja. Ah, okay. Bei der 4 waren es minus 15 Grad, ne? Dann gehen wir mal gucken. Das muss ich mir jetzt merken. Ne, bei der Ns waren es minus 15 Grad. Okay. Bei der 2... Waren es 20 Grad. Kann das mal in eine Chat schreiben, dass ich es gleich lesen kann? Ns minus 15. 2 minus 20. 4, 0. Und 3, 5 Grad. Danke dir. Danke dir, mein Guter. Ns minus 15. 2 minus 20. Minus 15. Ah, da muss mehr Kühlflüssigkeit drin. 2 minus 20. 2 minus 20. 0 Grad, dann müssen noch zwei Lagereinheiten drin und die 2 hat, die 3 hat, was hat die 3, die 3 hat 5 Grad, alles klar, erlange die Virusprobe, die Musik hat sich geändert, gefällt mir gar nicht und er hat es gescheppert. Ach du Scheiße, was ist denn das? Was stimmt mit dir nicht, Mann? Was stimmt mit dir nicht, Mann? Wow! Die verarschen mich doch! Okay, ich kann nicht ausweichen wie bei Resident Evil, ah fuck! Heilung, 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 wo ist er? Alter brutal, was ist denn mit ihm? Der ist auch schnell! Wow! 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 Der Tyrant Zombie, übelch, oder? Servus, Beutel, mein guter! Oh, kein Ding, kein Ding! Das mit der Raids ist nicht so wichtig, Megax hat nicht geratet, du hast nicht geratet, das ist gar kein Problem! Hahaha! Oh, ne! Alter, der war übel, ey! Das sieht wirklich ein bisschen aus wie der Tyrant! So, jetzt gucke ich mal was, jetzt muss ich mal kurz einen Blick in mein Waffeninventar werfen, wenn ich darf. Das nehme ich da, Pistole, nehme ich da, ne, ich habe noch ein 30er Magazin, okay, da ist noch 12 drin, okay, alles klar, nehmen wir nochmal die Pistole raus. So, der ist da durchgekommen, ne, da ist der rausgesprungene Idiot. So, ich habe die Pollux-Ampulle. Liev to Mission Control, PLX-731 Sample Secured, en route to second helipad for extraction. Do you copy? Good job, Agent, but I'm afraid I have some bad news. The objective of this operation has been updated. Agent Krychek and Wes have disappeared, and until they've been found, we can't allow you to leave the building. Your new objective is to complete the mission of the Epsilon Team, and download all the research data on your DID. Glaze, confirm Status Update, over. New objective confirmed, on my way, over. Begib dich zur obersten Etage. I'm just a war dog, after all. Na gut, ne, dann machen wir das nochmal. Also, an dieser Stelle mache ich auch für meinen YouTube-Zuschauer grad schon nochmal einen kleinen Cut. Danke, dass ihr dabei waren, bleiben bis zur nächsten Folge dran. Euer MDS Gaming, ciao! Ja, vielen Dank. Jawah. Ja, danke. Ja. Wim. Ja. Ja.